1, 2, 3 1, 2, 3 Schirsch Das ist das geilste Lied Schursch, oder wie heißt die? Was? Sarduchka? Nein, sieh wie? Schursch? Schirsch? Schursch! Schursch! Was ist das? Ey! Ey, kann man das essen? Chirotora, Rukina, Giro, Euro Jones 7, 7, 1, 2 7, 7, 1, 2 1, 2, 3 7, 7, 1, 2 7, 7, 1, 2 1, 2, 3 Danze! Hahaha Die Wucke ist zu geil Alter, ich weiß was du meinst Alter, ich muss das auch gern hören Also ans Pushmittel I want to see I want to see I want to see I want to see So fertig A, E, I, O, U Du gehörst doch bitte Du gehörst doch bitte zu Komm, komm, sein aber Fühl dich endlich frei A, E, I, O, U So 3, 2, 1 Halleluja und herzlich willkommen zu 1, 2, 3, 2, 1 Das ist ja das ganz tolle Das ist musikalische Untergreifung Ja man Unter Ich greif dir mal unter die Arme 7, 7, Halleluja, 7, 7, 1, 2 Das ist so ein geniales Lied Niem Und mitマen Oh, schieß doch ein smiley fortunately Du hast некоторые ein zweites meinte ich gerade hier ach nee da ist ein Smiley und denn da bei dem Feuer ja immer ich mein so lieber dem nie wollte ich hier wollen hierher genau sie die Tatsache sie dich zu beherrn so wie ein Böse sie der aus dem Leben sie sich erst jetzt weiter es ist zu Ende oh es wird sich nicht gehrt sein oh jetzt kommen Namen machen nee das macht mich voll deep bisschen oh ich lieber die Odds oh na na was mein Name dein Name ist Kacknu dein Name ist Kacknu aber was seit wann, seit wann startet eine Evelyn beim Redbuff seitdem man ein Botlane normalerweise startet und mit Level 3 in Leveln gankt kass ok ok oder mit Lenk um wir fahren ja ich bin ja kein Jungler von der oh shit verkackt ich hab ausgeschissen ich hab eingeschissen was hast du gemacht hast du geflasht nein ich hab nicht gut genug geholfen ach so so ok ok Mitte ist Schinder top ich wette die geht ok die geht ja ich krieg den hinteren Minion nicht aber die zwei vorderen oh boi die hat mit Wehren gefangen tja why not ich geh mir alter bitte also Madlife book incoming not really not really level 2 engage vielleicht oh Sascha hat noch oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh mein Gott ich wollte dich ich wollte dich doch schon loben oh mein Gott den hast du auch nicht bekommen ich bin weg nein jetzt oh oh was kannst du eigentlich hey konstituiert du dich auf die Minions ja ey ich hab nur zwei verpasst ja die Sievi hat schon 30 am Anfang die hat schon 30 verpasst die hat Mitte und Top nicht geschafft zu farmen ja aber du schon oder was sicher es zählt bei mir nicht was er sich hochgeschossen als Luschen nur ich hab die großen nicht bekommen weil du kackt und persönlich aufpassen du es ja ja die mich aufrücken lautet ja natürlich bist du gut gelaunt ey ey sie wenn sie wenn alle Lüge weiter ja oh der hat gesessen oh oh ich sag schon du bist ja richtig nice unterwegs alter alter dieser boah jetzt müssen die aber alles fresh rausholen weißt du aber fresh mag ich nicht mehr so der ist irgendwie scheiße geworden ah ne der ist drauf okay äh wichtiger Wort wird sein äh hat mich wichtiger Wort wird da oben sein da oben ja ach so ja fresh Lantern und so möchtest du in den Busch oder den Kassig kann auch unsichtbar mit seinen Ulti dann soll man engagen oder nicht nein hm ok ich möchte dann schon Level Advantage oder sowas haben oh ok aber Level Advantage ist dass fresh sein Hook verpeilt und dann oder dir aus Versehen geschielt macht was für sich irgendwie sowas aber der fresh ist irgendwie im Sleep Mode eigentlich würde er voll engagen mit seinem eh passiv oh würde das first blood nicht mehr riskieren ist auch ein guter Grund ja machst du den ah ne 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 ich warte schon auf den großen ich hatte da schon im Urin dass sowas kommt so ein großer oh Gott oh Gott ja genau bei mir laggt es bei mir auch was GG Rito Eveline kommt oder sowas GG Rito bei mir laggt es echt na bei mir nicht mehr drauf wow der Deal GG good job weiter 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 oh fuck alles hiesig ich hatte ihn alter wow ich hab ihn jetzt verpasst ja das hab ich gemerkt ich hab kein Kill bekommen ja aber das lief echt gut gerade ich hab wieder ins Deck wollen wir backgehen ja auch wenn ich mir nicht wirklich viel kaufen kann ich konnte mir ein Watch dann kaufen ich glaub das ist ziemlich OP ja ich hab dich wie sie wie angefangen hat fuck äh mit Langschwert äh wirklich klug so anzufangen damals war es noch OP zu meiner Zeit zu meiner Zeit war das OP aha weil da auch das kleine Schwert so wenig gekostet coming bot äh coming again bot really soon kannst du mir erklären warum was Eveline warum sie nochmal gehen will ja weil jetzt haben die keinen Flash mehr oh boi boi ich hab geraten ich darf nicht fallen oh Gott Thresh hat gewordet ja aber normal oder von dem alter ruckel ruckel lag lag bleib auf der Hut okay ich muss mich jetzt richtig hinsetzen laulicher Piping na hatte ich auch gerade oh terminiert lauliert mir Minions ah ich weiß auch warum ja die Sonne geht immer wieder ich will einen großen ich bring jetzt mal nicht meinen üblichen Flachwitz oder oh 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 nein aber das ist mir echt zu viel Poker oh boi komm hoch als ob wär ja klar irgendwie nein da sind Minions alter lag bei mir hat es gelaggt digger alter die wollen bot kommen und ich will nicht dass die bot kommen aber jetzt das erste licht dämmer ich hab lex wow oh ne na schon wieder kein kill schade schade schokolade ich mag sowas gar nicht oh ich hatte 6 levels oh als erstes das ist dumm oh oh lol ich komm Kasek hab ich hab ich oh hilfe oh boi oh boi oh boi lol ich brauch Geld ich geh nicht weg wo hast du gesagt ist ein wichtiger ward denn dann wollte ich gleich ja das ist okay jetzt ist die kuschelte oh gott sascha ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme immer wachsam lol gekroffen ich hab keinen mana oh gott oh die droge dann bin ich down oh my god ich hatte keine Ahnung um mich zu kill und die ist jetzt level 6 morgens du heiliger nope boomerang oh Minions oh boopi good timing haha der sascha läuft weil sascha läuft alter wird etwa geplant ja natürlich muss dass ich keine Ahnung hab man jetzt habe ich nicht eingekommen du gehst nein nicht ich kann nicht aufpassen ich hab heute benutzt ich sag jetzt schon der Nassos ist nicht so du hast schon der verkackt oh ja der kann late game echt mies werden nein ich mag nicht genug schaden aber jetzt hat zack dann oh bf sword incoming ja ok und ich geh mit alter decay braucht aber extrem viel helfe alter ich auch hat 6 ja das stimmt 6 und k6 oh der war scheiße ey die evan rollt bei dir noo wie viel kills hat die denn 4 ahm botland hat in 30 Sekunden circa wieder flasht ok so haben wir dann bemerkt Ich bin Level 6 Wenn der Trash nicht Level 6 ist, dann glaube ich, könnten wir sogar in Gehen Ja, da kommen wir erst mal Ja, ich bin doch schon da Die siehe, oh, 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 die hat mehr Schaden, aber ich habe mehr Rack Ich weiß nicht, ich denke schon, dass ich nur dein E getroffen hätte Wieso hast du, Frank? Weil ich das immer rein aus Gewohnheit mache Ich werde euch beschützen Ganz ruhig Lol Good job Nein Ich bin doch ein Scherz So lowlife Ich kann nicht nachflaschen Na, das auch noch, aber Wenigstens hatte Fresh gut reagiert Wenigstens ein gescheiterer Gegner Oh Oh Gott Ich feuchtbar Geh weg Was denn? Klicke, keine Kills, das kotzt mich an War jetzt den Minion aus Frust Du Hure Ich schreib das jetzt Bei mir lags, Alter Die haben mich doch verarschen, man Die hat mich doch verarschen, man Die hat mir, ich könnte mir nirg Ja, sicher Ja, sicher Oh nein Wenn ich mal Paket Kommen würde Ja, ich weiß, was du meinst Alles okay Weißt du, was wir extrem bitter wäre? Was? Wenn die Aufnahme nix wäre Das wäre so gemein Ich muss mich gleich ein bisschen drücken Ja, ja, eh klar Wie war ich? Ich gebe dir Ich glaube, ich hole mir Schuhe Du jetzt auch nicht überhaupt so, als ob ich voll durchdrehen Ich darf nicht fallen Ich darf nicht fallen Ich habe Pico Okay Nein, Minion Ja, ich bin der King Ich habe den Minion Alter, bei mir lags und lags Alter, machst du Schaden, Schaden, Schaden Alter, passt doch auf Wow, da war zu viel Schaden auch Ich habe halt Wow, so bad Die Evelyn war da Ich dachte, ja, okay, können wir reingehen Und dann Der Trash hat halt noch irgendetwas benutzt Deswegen habe ich nicht so viel gehielt Aber trotzdem Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch so viel Schaden mache Aber Schaden, Alter Alter Let's six is having free farm Aber er benutzt das irgendwie nicht Also er nutzt das nicht wirklich aus Naja, der macht noch Schaden Glaub mir Das glaube ich Wow, Kyle Wow Wow Kyle hat es irgendwie voll schwer Hat es voll schwer oder so Keine Ahnung Ja Kommst du? Ich muss mein Blut durch der stecken Naja Der hat die Böttchen gestellt Was? Tatsächlich? Hat er nicht gemacht Hat er nicht gemacht Ey Alter, das erinnert mich irgendwie an ein Video von Shiguma LP Er wird Hat er nicht gemacht So heißt sogar das Video Und nun mal so nebenbei Und was? Welches Video? Ja, von Shiguma LP Okay, alter du Kacklappen Ich bin alleine unten Naja, ja Ich komme ja schon Boah, ey Was kann ich so eigentlich mit Spaß? Ich mach mal, holt Oh, die haben wir unseren Pink-Word entdeckt Ja, weil ich den benutze Mein Pink-Word Boop Pass auf Ja, dann räume ich mal den Pink-Word auf Lol Nein, meiner! Du Ey, ich hab den da vorgestellt Mein Pink-Word Ey, ich will da nicht rein Ach, okay, ich will rein Boop Ich hab drei Stacks, von dem her Marius, du bist das Decken Boah Kannst du eigentlich irgendwas? Ja, ich hab nicht so ne hohe Tag Speed als, äh, wie du, Digga Ja Oh, ich will Du hast 075, ich hab 082 Wow Oh Gott Oh, boboi Ah, boboi Vollidiot Sei doch Nämlich flat Ah Wow Ah Wieder so genial Ich gucke davon, wenn ich keine Killship komme Bin gewohnt, viele Kills zu haben mit Lucian Ich muss weiterlaufen Immer weiterlaufen Oh, lol Was, der Drehwolf? Willst du mich verhaschen? Ich geh mit dem Schiff Nein, ich Wieder Ziggs und Chase, ey, ohne Spaß Na, guck dir da den Volt an Ja Lol, der Pink-Word Pink Wait Der will mich, ey Ja, nur dich, Schatzi Ja Ich hab's gemeint Der Kzix Wow, okay, die Evelyn Oh, boboi Oh, boboi Hat sie nicht gemacht Hat sie nicht gemacht Oh, scheiße Oh, scheiße Na, wurde meint Ich dachte, ich wäre da so alleine Oh, hätte ich aufgedacht Ne Verkackt Hat ja sein können Ja, wäre schon cool Mich hätte das auf Band so gehabt Von dem Ich hab ja nur ein Auge auf dich Aber ich musste flashen, das war auch cool Ja Ich auch Ich bin trotzdem gestorben Ich hab nicht so sehr aufgepasst Ich wusste, dass es falsch ist mit meinem E rein Ich wollte Kzix killen, weil ich weiß, dass es kriege hier ist Aber Dann kam halt der Trash-Hug Ja Pull you from Alpha Mach mal weiter, oder? Bist du? Ja, ja Und dann geh mal mit Ich will das Viech Ich will das Viech Von mir aus Komm her Ja, ja Ich werde euch wünschen Ich weiß noch, was das mitwitscht, als ich da rumgegangen bin, wenn du mit Braum Super, oder? Ja, das war mega cool, Alter Wollen wir das jetzt wiederholen? Könnten das, wenn du es schaffst, mit dem E rüberzukommen bei dir Wie weischt das, ey? Weischt ihr das? Ist mir egal, ich brauch den Farmer auch Ich brauch den draußen Nee, scheißegal, Hauptsache ich mein BT-Stick Da ist ein Hast du noch, bekommst du? Krass Brauch dich nicht interessieren Fuck Ey, wenn ich Hast du denn könnte ein Teil Ich habe Spaß Das wäre OP Und ich habe sie wie ein Farmer Eingerut Als Klecklis Geseitelt Ah, Drake ist wieder ab Oh, ich gebott Dann waltet gleich Fallen Alter, die Evelyn macht Counter-Jungle Alter, nein Evelyn Puh Na, die wir close Halte das, sieh mir Egal Die macht gerade den Geist Nee, egal Ich muss Bis ich da ankomme, Junge Das ist halbe Stunde Oh Gott Das ist ein Vogel, weißt du das Ja Das Zwielicht vergeht Ziggs fehlt Nein, jetzt nicht Jetzt Jetzt Oh Gott Ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääämjuks Tja Wieso Scheiße Ja Leute, die wollen es denn wissen Ich glaube, hier ist es geworden Oh Gott, Katzix ist geworden Der kann nix Ne, man Brauch Nilfee Nein, nicht reingehen Nicht tun Oh, boh, boh Komm mit Komm mit Alter, nein, die machen zu viel Schaden Ich geh da nicht hin Du bist schuld Die Jona hat auch Eier, Alter Ich warte hier Oh Die Worte sehen so anders aus Vom Dingens her Wenn das vom Sidestone kommt Zu mir Ich weiss, was du meinst Aber ich habe keine Worts mehr ab Kommst du? Ich habe drei Steak Warte, ja, ja Ja, ja, ja Ohne dich funktioniert das nicht Ich gehe mit Ich sage nichts Herzliche Schweigepflicht Pinkford, 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 Pinkford Pinkford Oh, Late Game betar ich Oh, boah Aber Evelin ist auch Strom Brauch ne Mid-Turret Drink jens Ja, dann Potion 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 ob sie ist wie sie sie wir schon auf sie wird keine Fläsch oder wollen ein Proben und ich wollte sie hier oder nur schien oder durchschnitt okay okay auch gleich auch gleich auch gleich noch gleich abläuft aber sechs auch gar sechs auch gar sechs oder auf Urlaub 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 Urlaufen Prozent Prozent die 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 Prozent Prozent in der Südstraße dieses Verschuldigung wie vorliegen beizt Sonne die Blut bekommen er will ich muss er sein ist gestorben dafür aber sie wir und Trash also Tupo er will in der Sorte gestorben und ich habe geflaschen von Tugel der Einstuch dann ja nur ist sie hatten ich weiß was du mal er hat zu lange überlegt nur wir könnten ihn kennen da ich wollte ich muss noch ich will nicht noch mehr so verstärkt mich noch habe ich gesagt du hast doch Gebirgspanzer du Vogel ja habe ich nicht benutzt hey der will mich drauf verkacken ob ich nicht benutzt wie es locker sagt einfach so ja ich hab's vergessen mein Gott passiert Digga was willst du was soll das nicht weg ist ach so ja hast recht könnte mal so machen alter Evelyn die Sonne geht immer wieder auf Evelyn ist throwing alter Kayle damn throws oh Gott sei Dank nevermind sie macht gut old Kaybill höchst Power pure boom großer Minion unnötig wuhu naja der Flash war unnötig stirbst du oder so nö doch nö doch außer wenn du es schaffst dich jetzt zu exekuten oh Gott wieso hast du dich geschildet zu lang wieso hast du dich geschildet weil der Cooldown zu lang war wieso scheiße er hat mich erwischt das wusste ich nicht schieb das heißt der Tauber der Schüsse um die gehen er gut braucht es ja aber der Lüte das war so lange mehr Zeit um ein geht auf die zu machen und sowas ist und ab die Zeit reingebracht obwohl es unnötig ist ja zu können nein nein alte Ehebelin nein auf und zu brüllen bei mir hat es zu Lernlo macht es wirklich Bären die tun oder so rum anscheinend haben sie mit top nein wir machen jetzt erst mal Börl die haben aber keine Ahnung ja trotzdem unnötig 6 ja top 3 fällt stell dir vor die hat das gewusst ey alter ich hab die lags auf du ja Belin die geht ey risky as fuck ich hab lags auf du alter lag was er told ihr mit toilet ich versuch's auf ihn 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 ich versuch's Hilfe hilfe na ja bei mir lags wieder tschüss das sascha macht's alleine der mils bei mir bleibt bei mir hatte ich nicht mehr genau das war das was ich habe ich dich an die eier aufpassen weißt du wie du mitgeflogen bist das sah so geil aus ich weiß den pink wort ich glaube dass genau der sex kann der kann nix der beruf hat weder tun ich bin der einzigste mit bei unserem beruf glaube ich ja weil mein banane krumm bei baum bei bahn mein mann haben sie der blut ist das decken ich habe vorhanden du ihm es ist wir sehen wie die sie jetzt fach ist hatte ja das muss haben die ein natte d jungen so jahre aus der zeit betenik oder die machen direkt an hier Ich komme schon, aber ich komme nicht ran. Er kommt nicht ran. Nein, der Lantern. Wenn du deine Ulti-Blind triffst, ich würde so lachen. Ich glaube, die steht dort. So, jetzt aber. Ist der nicht gerade so übergesprungen? Ich will den Blue-Buff. Sorry, ich brauche. Ich bleibe bei denen. Du machst den Blue-Buff, oder? Nein, ich bin nicht klar. Bist du ein... Oh, lakker! Alter, ich bin so tanky! Because I'm tanky! Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's! Ja genau, ich bin my life! Wow, ich kriege echt keine Kills heute. Haha, ich hab drei Kills. Und du? Guck mal, Beach! In 36 Sekunden habe ich wieder Ulti. Nein! Nein! Hast du nicht bekommen! Dafür habe ich dich ja geschildert, alter! Scheiß Shield, chill deinen Guck! Ja, machst du nichts. Wenigstens kriegt der die Forks! Ich hab vier Stacks, Digga! Ich brauche BT! Das ist mir egal, ich hab vier Stacks! Das ist voll. 30 wird schon da drum. Wenigstens einen noch. Oh Gott! Ich darf nicht fallen. Welcher 6 ist zu dir, Jing? Vollidiot! Hund! Gesicht! Hund! Verkeil! Lol! Alter Kyle! Tschüss! Jetzt komm ich mal auf die Idee, zurück zu gehen, damit ich den Tor bekomme, äh, die Agro bekomme. Und Ziggs macht wahrscheinlich die Ulti jetzt auf uns. Oh! Als ob! Bam! Last Whisper! 3, 2, 12 abgeschickt, GG! Nein, meine Titanic! Nein! Was für Titanic, Digga! Hast du denn unsere Tauern? Nein! Loll! Ich komme! Du musst ja genug Schaden. Damn, Heels! Alter, wow! Damn, Heels! Alter, top! Die Poschen ja überall, Alter, die Poschen! Die Poschen, ey! Alter, die Poschen, und zwar, Alter, die waren unseren Tower. Und die Poschen weiter! Ey, was? Mach! Ey, Leute! What? Kyle hat mein Redproof genommen. Evelyn, fuck it dun! Nein, fuck! Six, ich geh six killen. Geil kommt. Das ist EU. Ich musste alles zünden, ne? Schaffst du's gegen Six? Ja, sicher. Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambam.. Da ist der immer noch irgendwo. Tjuh, tjuh. Nummer. ...dann werde ich meine Ferstacks nicht los. Mir- egal. Because I am thankey! Dass ich ihr dasế like! Ich sollte warden gehen. Aber ich bin erst Level 14, Alter. Ich bin Level 16. Na, das denke ich mir eben. Am Betrindor, wow. Betrindor hat sie hier fertig gemacht. Alleine. Oh, da ist ein Pinkwort. Ich wusste, dass das da ein Board ist. Baron ist da. Tatsächlich. Wallum fighten, Wallum, ich bin noch nicht mal da. Hinter dir, aufpassen. Oh, boi, boi. Ist nicht dort. Das schaffen wir aber. Lass Dschünder heilen. Nein, Mann, heilen ihn doch. Wat? Alter, hat die einen Jagon im Arsch, oder wat? Einen Jagon? Aber die ist Tanki, Alter. Ja, aber... Das ist doch sowas von... Haben wir offensichtlich, so wie vorhin. Boah, haben wir Glück, dass wir den schnell machen. Wow! Jetzt kommt 06 Ulti. Ohne Spaß, der zerfällt hier, der Baron. 32, 23. Ulti Red, Ulti. Da, 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 da. Oh, Lord. Meine, Lord. Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Wow. Wow. Dieser Shield, OP. Wow. Alter. 120. Okay. Alter, wollen wir nicht mal pushen? Doch. Wir können ja nicht. Totale. Inspekte, zurück, 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 zurück. Sehr hilf, zurück, zurück, zurück. Okay, jetzt bin ich da. Auf. Ne. Heat. die Anlieferung du willst so was nachquellen Fokuser der Entfernung der Ehe ich bin zu Tänky eigentlich ist es nicht so klug top zu pushen naja jetzt hat es dazu weggeben kann ich noch 500 gold weiter als ob ich nicht mein champ kenne alter nein ich will nicht weiten ich will nicht weiten doch nein ich will nicht auch vor Ort nein 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 und zwar da wird oft schon er hat man nicht halten soll das war nicht doch ich will nicht bei sich und klar zu ihr um ich bin jetzt nicht an das muss ich muss immer abgewöhnen dass die Stats zu wichtig sind man eh in meines Stats sind Hammer wichtig ja und Nassus durch steht es durch scheißegal ich bräuchte abdienst ne nicht wirklich was hat man denn so viel damage gedrückt gar nix du was lowlife Rüstung wird ganz kurz er ging das ist gar nicht so falsch er will in es aber ziemlich strong halten die Führung so er soll ich dann aber sich interessieren würde auf jeden Fall soll ich die Band und die Phase auch mit mir er mit aufnehmen oder nicht weil ich habe mir gedacht die mit der Ladebildschirm war ja mega Hammer fett was sie haben den Schwachsinn gemacht haben deshalb habe ich das aufgenommen da habe ich mir schon gedacht ja nein hast du nicht nein du glaubst warum ich sofort was glaubst warum ich so ein Blödsinn gemacht keine Ahnung ich habe genau deswegen weil du ein Blödsinn gemacht hast aufgenommen ja weil ich mir schon dachte das war ja auch so ok dann weißt du was du nächstes Mal auch zu tun hast ich habe euch brechen oh Gott ich kann so schön ich bin echt nicht gut in Farmen aber ich bin auch ein Supporter oh lol ich habe Q ich habe Q kukachu Pikachu Pikachu Trin the man okay ich wundern ich mache so viele Crits man Alter 30% und ich crit irgendwie schon die ganze Zeit habe ich das Gefühl oh Blue Wolf ok ok ja das siehst du ja wenigstens hörst du es wir brauchen 5 Mann ja mal zack warten wir auf unsere nicht Maxix nicht ich auch nicht I need healing at all from your care I will be one in Genjin Babo hey ja das ist zu tief Mädel aber es ist Glück dass wir alle dashen und was weiß ich was können ich nicht auch den E Alter dieser Pixel und ich denke den Tower Standard fuck ich fress zu viel ich fress zu viel dann geh weg und der Sohn sag doch alles ganz ruhig normal easy sieht echt gut aus jetzt warten wir nur noch auf die Minion Wave und dann pushen wir durch zix lol ich hab den noch gete ooooooooooooooooooo Merlin hat den Final Kill Mama und ein Ranked gewonnen wooo nur mal so zur Info Sascha ist Gold 1 und nicht Gold 5 oh jawoll zwei so nötig ah zu sagen ja natürlich es war so nötig zu sagen ja natürlich bis demnächst tschüss tschüss tschau so oh ja jetzt dürfen wir so ewig warten bis es fertig gelandet ist bis es fertig gelandet ist bis zum nächsten Mal